und damit willkommen zurück bei Schmocky am Start und da ihr seht wir leveln nicht mehr heißt es wir haben es geschafft wir können wir haben Charisma Level 10 erreicht und können somit auch virale Videos aufnehmen um noch mehr Follower zu bekommen um die Weltherrschaft an zu reißen ich meine um der größtmöglichste Streamer zu werden so ein Dackung muss auch direkt mal an Trennst durchsucht Spielzeug Review Blumenbinden Gitarre Selbstsicheres Reloft Perfekt So einmal unser Streaming Outfit Äh falsch Das Und dann nehmen wir einen inspirierenden, einen selbstsicheren Okay dann machen wir Spielzeug Schmock und stellt sein Spielzeug vor, das sind so Sachen, ich weiß nicht Das ist easy So Übergänge hinzufügen Wir müssen immer noch berühmter werden Effekte hinzufügen und Videos zusammenfügen Nice Äh Videobestand ansehen Und dann haben wir noch ein Video hochladen So jetzt müssen nur noch die Follower reinkommen Ja das ist schön, wo ist die Katze? Ah Okay Können wir einen Bart vertragen Und er ist konzentriert Hehehe Hehehe Da schweben Da schweben So, ja, nein Können wir nochmal das Place aufnehmen Da er zählt aber nicht als stream ok was ok ich muss fame werden soziales netzwerk irales video hochladen ich habe jetzt gerade eine million follower bekommen 9.988 follower alter muss ich noch ein bisschen berühmt werden wir sind konzentriert können wir ein buch schreiben hm 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 können wir social media bild teilen hm wie werde ich denn berühmter hm erst mal noch mal spenden an alle feinen hm können wir hier mal wieder einen ja hm 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 das schmock von gesungen gesang ist immer noch das entspannteste und schönste was es kennt hm 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 Zagadu Rangu, Zagadu Yibs, Doo-A-Floof, Yab-A-Horn-Voo, Sep-A-Nay-Yab-Zee, Skib-A-Row-Yibs, Konk-A-Roo-Oob, Dor-Nay-Voo, Simula, Simula, Simula-A, Melody. I love your singing voice, that's the right MVP. I love your singing voice, that's the right MVP. Zagadu Rangu, Zagadu Yibs, Doo-A-Floof, Yab-A-Horn-Voo, Sep-A-Nay-Yab-Zee, Skib-A-Row-Yibs, Konk-A-Roo-Oob, Dor-Nay-Voo, Simula, 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 Simula. So, I would like to go, but... Zum Beispiel, ich habe Hunger, wo ist meine Drohne? Vielleicht hätte ich auch gerade noch... da... Aufnahme starten und dann... Zeige ich euch, wie man einen Specksalat-Tomaten-Sandwich macht. Aufnahme wenden... Ja, liebe Sprühen! Was machen die? Oh, ich bin müde. Na ja, dann sollte ich mal ab ins Heierbettchen, ne? Wir haben es übrigens fast geschafft, uns auch den Trank zu gönnen, damit Schmocktron nicht mehr beschämt ist, damit er eigentlich seine Scham abwirft. Er soll sie rauszeigen, er soll seine Scham nehmen und sie der Welt präsentieren. Bitte vergesst, was ich gerade gesagt habe. Bitte. Angespann schon wieder. Und er will spielen, ja, das kriegen wir hin. Jetzt können wir ja mal gucken. Sorglos. Ah! Sammelobjekt finden, Zeit auf Lootjagd zu gehen. Loot für den Loot-Gott. Also, wie, zu ehrlichst du denn? Na ja, pass auf! Hier sind sie, Inside! Und dieBox, zu ihres. Aufiasmungsd batimket. Org paths zu, bei nur dem Regier, Logic fundamentals... Plastierf es einen... So, und während Schmucki sich den Busch trimmt, gucken wir uns unsere Ausbeute an. Die Nacht der Keulung haben wir schon. Das ist neu. So, was ist das? Spukhaus. Aber ich verkaufe die Doppeln jetzt einfach. Stadtbrücke. Dachte ich haben, war aber scheint nicht der Fall zu sein. Nein. Emily, Emily haben wir da unten schon. Raselbock haben wir auch. Teil für Elektrogeräte, okay. Zwei Voodoo-Puppen, Gönner. Schmocktron. Ich kaufe dir jetzt deinen Trank. Habe ich nämlich endgültig die Schnauze voll. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hierhin. Videobestand ansehen. Nichts. Video übertragen. Qualitätsschlecht, super. Schauen wir mal ein bisschen Effektbearbeitung. Klappt ja auch, damit ich bessere Sachen mache. Hier ist jetzt noch eine Explosion. Perfekt. Ja, komm, laden wir hoch. Ausgezeichnet. So, ich kann mal wieder was zu essen vertragen. Ich habe dir den Trank gegeben, dass du nicht mehr angespannt zu sein hast. Gut, wenn du dein Handy benutzen willst, dann mach ich jetzt was Nützliches damit. Mach uns mehr Fame. Fast. Zeit für Streaming. 111 subscribers. Ich bin sicher. Ich bin da und ich habe, wenn du es loslust. Ich habe Angst, dass du in den Trank verhielst. Ich habe, wenn du in den Trank raisonst. Ich habe. Schon mal ganz cool Ach, die Pinnwand geht mir so auf den Senkel Oh Da geht einer gerade Oh Mach ich gleich Fuck So, der Schmack ist zum Glück ein bisschen technisch versiert Ach, was willst du? Oh Einmal ein Ball Was? Niemand lässt diese Welt leben Schmocktron weiß das Schmocktron hätte nur nicht gedacht, dass er sich so weit Gedanken darüber machen würde Es gibt noch so viel zu tun Wie soll Schmocktron das alles erledigen, wenn der Sensenmann schon an der Ecke lauert Schmocki Chill Du stirbst mir nicht Du stirbst mir nicht So Ich würde sagen, ich beende die Folge hier erst einmal Und wir sehen uns morgen wieder Wenn es wieder geht Make Schmocktron great again Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal Reingrott Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.